So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe und ich finde, das wird eine nervige Aufgabe, das weiß ich jetzt schon. Nämlich, füge Gegnern beliebig viel Schaden zu, indem du auf eine Zapfsäule schießt und sie zum Explodieren bringst. Das Ganze probieren wir einfach mal Solo. Ich probiere es echt Solo. Ich habe mir jetzt mal die ganzen Tankstellen angeguckt. Also, ich persönlich finde dann nur eine relativ gut, wo eventuell Gegner sind. Aber die Aufgabe ist ja wohl nervig hoch 8. Es ist zwar relativ simpel, die Aufgabe, aber die umzusetzen ist alles andere als einfach. Also, wir werden schon erstmal danke für das Abo. So, dann natürlich, ihr wisst ja, morgen ist das Gewinnspiel. Nämlich Freitag um 18 bis 19 Uhr im Livestream. Also, weil gerade das Abo reinkam, ich hätte fast vergessen. Auf jeden Fall, das Abo nicht vergessen. Weil, ihr könnt wie gesagt auch ein Skin gewinnen und bekommt natürlich von mir dauernd die Aufgaben, sei es irgendwelche News oder so, was wirklich wichtig ist. Also, ich bin keiner, der irgendwie auf Leaks eingeht oder so, weil davon halte ich nichts. Ich will eigentlich im Spiel selber überrascht werden und nicht schon vorher alles wissen. Also, von daher, wenn ich hier mit der Aufgabe schon weiterhelfen konnte, gerne ein Abo dalassen. Kostet dich ja nichts. So, jetzt worum geht's. Pleasant Park. Diese dämliche Tankstelle da unten. Eigentlich schon fast da, wo der blaue Pfeil ist. Ich glaube, das wird unsere Tankstelle werden. Das Problem ist, da muss natürlich auch ein Gegner sein. Aber ich denke mal, wenn wir da oben in dem Haus sind, in dem ersten Haus, und unten dann einer in die Tankstelle reingeht, könnte das Ganze eigentlich funktionieren. Aber der Plan ist gut, nur die Umsetzung wird schwer werden. Definitiv. Es wird so eine Lucky-Aufgabe werden, weil man es einfach absolut nicht planen kann. Das Einzige, was möglich ist, man holt sich ein Bot und versucht, den mit sich zu ziehen. Wisst ihr, wie ich meine? Dass der Bot zur Tankstelle kommt und ihr dann da hingeht. Und dann die Zapzäule in die Luft schießt, in dem Moment, wo ihr... Nein! Ja, ich hab's geschafft! Hehehe! Äh... Nein! Bitte, das zählt! Mach jetzt keinen Blödsinn! Danke, es hat gezählt! Also genau so ein Glück müsst ihr halt haben! Also ohne Quatsch! Das war halt jetzt wirklich mega Glück! Also ich will nicht wissen, wie lange manche an dieser blöden Aufgabe hängen. Weil die einfach nur nervig sein wird. Aber, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Lasst mir gerne ein Abo da. Und auf jeden Fall mal gut gelungen, würde ich sagen. Also in dem Sinne, haut rein und viel Spaß noch! Huuuuhh! Huuuuhh!